So Leute, ich muss euch jetzt was Geniales zeigen. Die ganzen Stunden, die ganze Mühe, die ich hier reingesteckt habe, ist jetzt hier zu sehen. Der zweite Teil der Building Series beschäftigt sich mit dem Thema Beleuchtung. Das wichtigste Bauteil in dieser Episode sind LED-Filamente. Das ist sozusagen der Glühdraht einer Glühbirne, nur bestehend aus LEDs. Dafür habe ich ein paar bestellt in verschiedenen Größen und verschiedenen Farben und werde jetzt erstmal die Vorbereitung vornehmen, dass ich die ganzen LED-Lämpchen verbauen kann. Dafür muss ich einmal rechts und links jeweils ein Kupferlackdraht oder ein Stromkabel anschließen. Ich benutze dafür halt Kupferlackdraht mit einer Stärke von 0,2 mm, isoliere den einmal ab. Das mache ich mit einem Feuerzeug, mit einem Sturmfeuerzeug und dann wickele ich den abisolierten Draht um das Filament. Das mache ich an beiden Seiten einmal und im nächsten Schritt mache ich mir noch einmal eine Markierung mittels eines kleinen Kreppbands an dem Kabel, was später der Pluspol sein wird. Das erleichtert das später beim Verbauen und beim Verbinden, da muss man nicht überall nochmal die Phase prüfen. Am Schluss mache ich noch einen kleinen Heißklebepunkt jeweils da an der Stelle rauf, wo ich dann den Kupferdraht umgewickelt habe und dann ist die Einheit fertig. Beim Bau eines Lichtschwerts mache ich tatsächlich auch die gleichen Schritte im Vorwiegel wie eben, nur kommt ein kleiner Unterschied, dass ich einmal nämlich von der einen Seite von oben nach unten den Kupferlackdraht um die LED herumwickele und dann entsprechend noch einen Heißklebepunkt am Lichtschwert befestige, damit die LED mit dem Lichtschwertgriff fest verbunden ist und sich nicht mehr lösen kann. Ich hoffe, ihr konntet beide Schritte so grob erahnen oder erkennen, weil es wirklich eine feine Fummelarbeit ist. Nachdem ich ein paar LEDs verdrahtet habe, war ich einfach neugierig, wie das Ganze wirkt und habe so eine kleine Szenerie aufgebaut. Ich muss sagen, das sieht schon cool aus. Die Blasterschüsse, die in der Luft schweben, das Lichtschwert, alles leuchtet richtig schön hell. Man sieht auch gar nicht die Kupferdrähte, also ein cooler Effekt und ich bin mal gespannt, wie es im großen MOC ausschauen wird. Ich wollte das MOC auch noch spannend gestalten. Ich wollte nämlich nicht nur Schüsse in der Luft schweben haben, sondern auch ein, zwei Figuren haben, die getroffen werden von einem Schuss. Das heißt, ich dachte, es ist cool, wenn ich ein Klo nehme und den irgendwo so in der LED reinstecke. Ich wollte sogar durch ein Torso bohren, aber dann dachte ich, schade um den Klo und schade um die Figur. Und dann habe ich einfach zwischen Hüfte und Torso reingeklemmt und ich finde, das sieht so ganz gut aus und dann kriegt er halt leider in die untere Bauchregion einen Schuss. Bei den Kampfruinen konnte ich ein bisschen mehr rumfriemeln. Ich habe einfach einen ganz normalen Kampfruinen genommen, den Torso einmal umgedreht, dass die Noppe nach vorne guckt. In den Stud des Torsos habe ich dann das LED-Filament hineingesteckt. Dort wird der Droide getroffen und zerstört werden und den dünnen Kupferdraht habe ich einfach genommen und um den Torso herumgewickelt, sodass der Schuss fixiert ist und nicht mehr lose ist. Und hier musste ich dann auch gar nicht mit Heißklebe nochmal nachfixieren, sondern das ist so, wie ich es angebracht und verbaut habe, richtig stabil. Nachdem ich nun die zwei Special-Figuren verbaut habe, bin ich nochmal zurück zum Mock gegangen, habe das Ganze einmal so in Szene gesetzt, damit ich so ein bisschen so eine bessere Vorstellung habe, wie ich das aufbauen möchte. Einmal den ATTE, einmal den AAT und dann ein paar Klone platziert. General Grievous, ein Jedi, ich habe auch Obi-Wan genommen und dann ein paar Klone. Einfach, dass man so eine bessere Vorstellung hat, wie das ganze Mock aufgebaut werden soll und wie und wo ich die Schüsse platzieren soll. Und das habe ich dann im nächsten Schritt dann auch einmal nochmal visualisiert. Da habe ich einfach rote und blaue Plates genommen und einfach mal hier und da meine Plate hingelegt, um so ein gutes Gefühl zu haben oder so eine Idee davon zu bekommen, wie es dann aussieht oder wo gut ein paar Schüsse hinkommen könnten. Das ist einfach so ein Kreativprozess oder wo will ich Figuren später hinpacken, wo sollen vielleicht noch ein Baum hin und so weiter und so fort. Also da ist schon mal so ein bisschen vorausschauende Planung nötig. Auch habe ich mir Gedanken gemacht, wo ich den LED-Travo verbauen möchte. Den sieht man halt jetzt gerade unten rechts noch hier im Bild. Da soll später ein kleiner Hügel entstehen, wo dann später auch der Stromanschluss hinkommt. Nun kommt der mit aufwendigste Schritt tatsächlich und das hat auch sehr, sehr viele Stunden gekostet. Ich habe nämlich das Mock von oben immer aufgerissen, die LED-Filamente platziert, mit ein paar Plates hochgebogen, sodass die Kabellänge richtig war und dann musste ich irgendwie diese dünnen Kupferdrahtkabel entlangführen und verstecken. Und zwischen den Baseplates habe ich sie immer dann in den Innenbereich des Mocks geführt, wo ich dann später die Verkabelung vornehme. Dann habe ich das Mock umgedreht, um von unten besser dran zu kommen und das Kabelmanagement zu machen. Und es kamen ganz viele dünne Kupferfäden zum Vorschein. Die habe ich alle mit dem Feuerzeug abgebrannt, dann habe ich Kabel verwendet und diese dann zusammen verbunden. Die ganzen Kupferdrähte, die von unten raus geguckt haben, habe ich dann entsprechend abisoliert, mit den Kabeln zusammen verbunden, die ich dann verlegt habe, damit der Stromkreislauf geschlossen ist und das Ganze nochmal mit Lüsterklemmen fixiert, damit das Ganze auch bombenstabil ist. Und jetzt schauen wir uns einmal das Gesamtergebnis an. So Leute, ich muss euch jetzt was Geniales zeigen. Die ganzen Stunden, die ganze Mühe, die ich hier reingesteckt habe, ist jetzt hier zu sehen. Die ganzen Stunden an der Beleuchtungsarbeit. Und sieht das nicht genial aus? Ich finde, das ist der absolute Oberhammer. Nicht wundern, das soll der AT-TE sein, das ist der Platzhalter. Ich habe den gerade nicht da und einen AT werde ich wahrscheinlich auch nochmal neu bauen. Aber das, woraus es erstmal ankommt in diesem Bauabschnitt, ist einfach die Beleuchtung hier. Das sieht so grandios aus. Hier Captain Rex zum Beispiel finde ich richtig cool, der gerade so die zwei Schüsse abgegeben hat. Hier werden wir Ahsoka wahrscheinlich haben. Ahsokas Lichtschwert. Das Lichtschwert von General Griebus fehlt noch. Den muss ich noch fertig bauen. Genauso wie Anakin. Die kommen so in diesen Bereich hin, wo so ein größerer Teich, so Tümpel, Sumpf, irgendwas in der Richtung aufgebaut wird. Und dann auch so Details wie ein Klon, der zum Beispiel erschossen wird. Oder wenn wir hier weiter gucken, dieser Kampfdroide, der gerade schwer getroffen wird. Das ist genial und ich liebe es und ich hoffe einfach, dass die ganze Mühe es wert war. Und ihr werdet es in der Ausstellung sehen, wie genial das ist. Vor allem die Schüsse, wie ich sie hier habe, sind von der Beleuchtungsstärke oder Leuchtintensität auf Minimum. Ich kann die noch wesentlich höher drehen, aber dann kannst du irgendwann auch nicht mehr hier direkt reingucken, weil das halt so krass blendet, diese LED-Elemente, die ich hier verbaut habe. Das ist echt der Wahnsinn, was die für eine Power haben. Ich muss sagen, ich bin schwer begeistert. Ich glaube, das merkt ihr auch. Ich finde das richtig genial. Das Innenleben ist jetzt nicht großartig spannend. Ich habe ein paar Lüsterklemmen hier verbaut, ein bisschen Kabelmanagement betrieben, ein bisschen Einfaches. Da ist nicht so viel los. Später kommt noch dieser Travo, den ich jetzt momentan hier außen angeschlossen habe. Einfach so in diesem Bereich hin, der wird da hingebaut. Und irgendwo hier außen werde ich auch den Stromanschluss dann legen, das dann bei einer Ausstellung oder auch irgendwo anders, wenn da dann vielleicht in einem Schaufenster steht, dass dann entsprechend alles einfach mit Strom versorgt ist. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was in diesem Video mitgenommen. Und zwar, wie genial das aussieht. Und ich sage es einfach immer wieder, Beleuchtung macht Sinn. Es bringt wahnsinnig viel Spaß. Es kostet sehr viel Zeit, das stimmt. Aber das Ergebnis, was dann am Schluss zum Tragen kommt, das ist wunderschön. Und wenn ich dann schaue, wo wir von der Beleuchtung angefangen haben, wie ich am Anfang LEDs geschliffen und klein gemacht habe, irgendwann SMD-LEDs und jetzt sowas, muss ich sagen, dass die ganze Reise, die ganze Entwicklung, die ich hier durchgemacht habe, einfach genial ist. Und ihr vor allem durch meine Erfahrung, ich meine, ich mache das jetzt auch schon über 5-6 Jahre, profitieren könnt und einfache, clevere Lösungen bekommt, welche ich dann in langer, mühseliger Handarbeit mir ausgearbeitet habe und entwickelt habe. Also ihr profitiert davon, ihr habt keine Entwicklungszeit. Ihr müsst einfach nur machen und ich finde, das lohnt sich. Viel Spaß bei der Umsetzung, viel Spaß beim nächsten Video und abonniert doch gerne den Kanal, damit du siehst, wie dieses Mock im nächsten Teil weiter ausgebaut wird.